hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid ich entschuldige mich schon mal im vorfeld für meine stimme ich bin ein bisschen angeschlagen kinderbazillen und so aber da möchte ich jetzt auch nicht ewig drauf rumkauen heute machen wir zusammen ein ich habe geshoppt und bücher gekauft video ich habe nämlich meine neuzugänge im monat september für euch und dieses mal waren es zwar auch wieder recht viele bücher aber ich habe auch einige davon als ebook bekommen das heißt mein schrank wird nicht explodieren nach diesem monat ich werde sie euch jetzt wieder nach und nach vorstellen ich beginne heute mit den ebooks dazu habe ich mein handy wieder hier liegen und das erste buch das hier einziehen dürfte also es ist nicht chronologisch ich habe da jetzt keine rang ordnung gemacht wann welches buch eingezogen ist bei den meisten weiß ich es tatsächlich auch gar nicht mehr aber ich stelle euch jetzt das erste vor das wäre kingdom of the wicked der zweite band die königin der hölle ich habe den ersten ich glaube direkt nach release gelesen und den hier dann auch jetzt zum release im september gelesen und ich muss einfach sagen ich bin momentan total hyped auf hexen geschichten ich könnte ein nach der anderen lesen liegt vielleicht zum einen an der jahreszeit und das bald halloween ansteht aber auch daran dass ich ja gerade eine hexen geschichte schreibe und dementsprechend zur vorbereitung einige hexen geschichten gelesen habe aber auch aus angst dass ich in meinem buch was aufgreife was genau so gerade schon rausgekommen ist da habe ich echt immer angst davor das war bei love me girl und bei love me boy so dass zwischendurch halt immer so aspekte drin waren die in meinem buch auch waren und ein buch das ich euch nachher vorstelle hat auch ganz 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 viel von love me girl was ich einerseits witzig finde andererseits irgendwie auch komisch finde ich habe immer gesagt das love me girl als herbst buch aber das erzähle ich euch nachher um welches buch es geht ja king of the wicked ist wie gesagt hier der zweite band ich lese euch jetzt den klappentext dazu vor wenn ihr allerdings den ersten band noch nicht gelesen habt dann würde ich euch bitten einfach mal zu skippen und einfach zu warten bis ich euch das nächste cover hochhalte ich habe extra alle klappentexte gescreenshotted muss schnell gucken dass ich den richtigen finde ja hier ist er nachdem sie ihre seele in einem pakt verkauft hat reist emilia mit dem mysteriösen fürsten red an den hof der wicket wo sie eine verführerische düstere welt der sünden erwartet die oberste regel am hof der höllenfürsten lautet vertrauen niemandem emilia hat geschworen alles zu tun um den mord an ihrer schwester vitoria zu rächen doch inzwischen doch zwischen den intriganten fürsten ihrem luxuriösen anwesen geheimnisvollen party einladungen und sich widersprechenden indizien fühlt sie sich einsamer als jemals zuvor kann sie wenigstens west vertrauen ihrem ehemaligen verbündeten wider willen oder verheimlicht er ihr eine gefährliche wahrheit über seine wahre natur emilia begibt sich auf die suche nach einer reihe von magischen gegenständen die er dabei helfen sollen in ihrer eigenen vergangenheit versteckte hinweise zu enträtseln und ihr die antworten zu liefern die sie sich so schmerzlich ersehnt zahlreiche herausforderungen stehen bevor nicht die geringste davon wie sie mit ihren gefühlen für red umgehen soll bleiben wir einfach gleich bei den hexen es durfte nämlich auch witches of the wick einziehen und das cover wenn man das sieht dass das schreit einfach schon hexen geschichte und ich liebe es also ich finde das cover ist eins der schönsten hexen geschichten cover die ich oder dass ich jemals besessen habe aktuell gibt es leider irgendwie nur als ebook ich hoffe dass es irgendwann auch noch als print angeboten wird damit ist mir halt auch einfach noch fürs regal kaufen kann ich habe zwar noch nicht gelesen aber ich gehe mal davon aus einfach dass es mir gefallen wird weil ich eben momentan so auf diese hexen stories abfahre und es geht um folgendes nach dem tragischen tod ihrer eltern ist für josie und ihre zwillingsschwester ember nichts mehr wie zuvor als sie von einem fremden auf offener straße angegriffen werden erfahren sie dass sie magische kräfte haben und den segen einer leibhaftigen hexengöttin in sich tragen doch wo macht schlummert lauert auch gefahr schon bald finden sich die zwillinge in der magischen parallelwelt wick und im zentrum einer alten prophezeiung wieder dort erwarten sie ungeahnte fähigkeiten neue freunde tödliche magie und eine reihe zwielichtiger gestalten die es auf sie abgesehen haben also auch wieder zwillinge wie bei kingdom of the wicked ich bin gespannt wie es dann hier umgesetzt wurde das nächste buch habt ihr schon so 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 oft in meiner story gesehen und mittlerweile auch in meinem instagram feed da war ich nämlich teil der blog tour ich spreche nämlich von you color my soul von anythorn und ich muss sagen wenn ihr wirklich ein herbstliches buch jetzt lesen wollt dann ist es das hier aber mehr dazu a im lesemonat und b habe ich extra ein video gedreht für herbstliche cozy bücher dann müsst ihr einfach mal da oben klicken und dann kommt ihr dahin und jetzt lese ich euch noch den klappentext vor wenn ich ihn denn auch empfinde ja da ist er ellie muss dringend ihre kinderpflegeeinrichtung vor der schließung retten aber so sehr sie sich um spenden bemüht es reicht einfach nicht als sie sich dann auch noch beim kastanien basteln verletzt und direkt vor die füße von daniel alias dr grumpy fällt ist das chaos perfekt denn der arzt hat absolut nichts für ihre tollpatschigkeit ihre strickpullis oder die albernen kastanien kunst übrig und würde sie am liebsten sofort hochkant rauswerfen doch wie ein wirbelsturm fickt ellie immer und immer wieder durch das leben des perfektionisten und bringt es ordentlich durcheinander umso überraschter ist sie als er plötzlich eine großzügige spende anbietet die alles verändern könnte bis sie erfährt welche gegenleistung er fordert sie soll seine freundin spielen um die einrichtung zu retten muss sie es wagen und auf den deal eingehen immerhin haben sie auch ein paar gute regeln auf einer serviette festgehalten was soll da noch schief gehen bleiben wir gleich beim herbstlichen thema ich habe nämlich auch autumn in your eyes vorab lesen dürfen es ist der debütroman der autorin und ich freue mich sehr dass ich mit ihr zusammenarbeiten durfte weil ich sie persönlich auch sehr sehr mag sie ist ein sehr sehr sympathischer mensch und die geschichte hat mir auch super gut gefallen und das ist die geschichte die ich auch gemeint habe wie love me girl nur im herbst aber wer die geschichte gelesen hat oder love me girl gelesen hat der weiß auch warum ich das sage ich werde aber im lesemonat da auch noch mal genauer drauf eingehen und jetzt erzähle ich euch um was es in dem buch geht hektik lärm trubel das leben in new york lässt autumn kaum luft zum atmen als ihre granny stirbt ergreift sie die chance um alles hinter sich zu lassen und ins nun verwaiste cottage auf cozy island zu reisen einer kleinen insel mitten im atlantik dort angekommen ist sie überwältigt von der schönheit des ferienorts und fühlt sich auf anhieb heimisch nicht zuletzt weil ihr der charmante surfschullehrer sam von der ersten sekunde an den kopf verdreht er hilft autumn sich in ihrer neuen umgebung einzufinden und sorgt dafür dass sie langsam erkennt was wirklich im leben zählt doch dann stößt autumn auf eine reihe von geheimnissen die sie vor große entscheidungen stellen dann dürfte hier noch ein ebook einziehen erinnerst du mich wenn ich vergessen will aus dem hause war jona und ich habe es auch schon gelesen und wie ich es empfunden habe oder wie es mir gefallen hat erfahrt wie immer in meinem lesemonat video ich suche euch jetzt noch mal den klappentext sie will die vergangenheit endlich ruhen lassen doch dann kehrt er zurück und will sie genau daran erinnern sieben lange jahre sind vergangen seit holly von ihrer ersten liebe verlassen wurde ohne jegliche erklärung ohne jeden grund doch mit connors rückkehr werden nicht nur all die unbeantworteten fragen sondern auch die dunklen geheimnisse wieder ans licht gebracht fragen auf die sie schon längst keine antworten will und geheimnisse die alles verändern können was wenn die gefühle doch noch da sind aber das vertrauen bereits zerstört ist und was wenn eigentlich alles ganz anders war als damals zu sein schien ein letztes ebook dürfte diesen monat noch einziehen area als sein blick mich traf das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen habe es aber von der autorin zur verfügung gestellt bekommen und bin auch eigentlich schon sehr gespannt es hat einfach nur weil es sehr kurzfristig war nicht mehr in meine september leseliste gepasst weil ich da schon etliche bücher drauf hatte aus einer bestimmten reihe die ich alle hintereinander lesen wollte und ja das war halt auch schon alles new adult mäßig und dementsprechend werde ich es dann wohl erst im oktober lesen der vorfall so nennt area das trauma ihrer jugend täglich durchforstet sie die homepage von accuser einer organisation die sich seit jahren zur aufgabe macht sexualverbrecher an den pranger zu stellen deren ziel den tätern nach der haftentlassung die flucht in die anonymität zu verwehren in den semesterferien fliegt die jurastudentin mit ihren freundinnen nach italien ein harmloser party abend endet im fiasko wie gut dass dieser fremde plötzlich zur stelle ist um das schlimmste zu verhindern simon ein pharma mogul titan der geschäftswelt so attraktiv so geheimnisvoll so unerreichbar gefühle die area längst verloren glaubte brechen über sie herein jedes mal wenn sein blick sie trifft doch seine absichten bleiben ihr ein rätsel warum sucht er immer ihre nähe ohne ihr nahe zu kommen area ist fest entschlossen seine mauern niederzureißen die wahrheit wird sie bis ins mark erschüttern machen wir weiter mit den print ausgaben mit den print büchern das erste das ich euch vorstellen möchte habe ich von einer lieben freundin zugeschickt bekommen und habe das auch gar nicht so erwartet sie hat zwar irgendwann gesagt ich habe hier noch was für dich liegen und das schicke ich dir zu aber dann habe ich das irgendwie wieder vergessen und dann war irgendwie ein bisschen zeit dazwischen weil wir es irgendwie alle nicht gepeilt haben und dann hat sie es einfach kommentarlos irgendwann abgeschickt und das kam dann letzte woche hier an ich spreche von fire and frost sie hat es mir gebraucht gekauft deshalb ist hier auch so eine mengelexemplar stempel drauf aber ich finde das ja gar nicht schlimm sie sagte nur ich bin geschockt gewesen von dem restlichen zustand sie meinte wahrscheinlich das hier ja manche menschen gehen einfach nicht sorgsam mit ihren sachen um aber ich finde es in dem Fall jetzt auch gar nicht schlimm ich habe das Buch tatsächlich auf meiner Wunschliste stehen wusste ich auch schon gar nicht mehr weil es schon ein bisschen älter ist aber ich freue mich schon sehr drauf es zu lesen ist auch aus dem Hause Ravensburger die machen ja meines Erachtens eigentlich immer sehr sehr gute Bücher und ich erzähle euch jetzt auch um was es hier geht Ruby lebt in ständiger Gefahr denn sie besitzt die Gabe mit Feuer zu heilen und zu zerstören Feuerbloods wie sie werden von der Frostblood-Elite des Königreichs gnadenlos gejagt als die königlichen Soldaten Ruby aufspüren wird sie ausgerechnet von dem jungen Frostblood-Krieger Arcus gerettet Kälte und Eis sind seine Waffen doch er braucht Rubys Feuer um eine Rebellion gegen den verhassten König anzuzetteln Ruby weiß, dass sie einem Frostblood nicht trauen sollte doch jede Berührung zwischen ihnen knistert wie eine Flamme im Schneesturm sie ahnt nicht welch dunkles Geheimnis sich hinter Arcus eisiger Fassade verbirgt freue ich mich schon sehr 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 drauf dann bleiben wir einfach beim Ravensburger Verlag es sind gerade heute noch zwei Bücher eingezogen die ich vorbestellt hatte und gar nicht mehr auf dem Schirm hatte dass ich sie bestellt habe ich spreche nämlich von der Mabel Creek Reihe und wie schön sind diese Cover bitte und jetzt passt mal auf hier unten seht ihr es schon wie schön sind jetzt muss ich es andersrum machen wie schön ist bitte dieser Farbschnitt diese Kombination einfach mega 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 schön auch die Rücken sehen schön zusammen aus ich weiß noch gar nicht ob ich sie so oder so ins Regal stellen möchte Probleme eines Buchnerds ich weiß noch gar nicht wo ich sie hinstelle aber die brauchen auf jeden Fall einen Platz in einem Regal das man sieht und nicht mein Lesesessel davor steht das ist ja leider bei ein paar Büchern der Fall aber ich weiß nicht wo ich meinen Lesesessel sonst hinstellen soll so jetzt kam kurz der Saarländer raus aber wir machen mit Hochdeutsch weiter ja die Reihe ist ich glaube gestern auch released worden ich habe es bei Bookstagram noch gesehen aber schon wieder verdrängt weil ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte dass ich sie bestellt habe jetzt muss ich mal gerade gucken ich habe sie tatsächlich signiert bestellt aber sind beide dann signiert? ah ja tatsächlich und das witzige an der Reihe ist dass Band 1 und Band 2 ich glaube beide gestern released worden an einem Tag korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ich glaube das war bei dieser Reihe so ich bin mir gerade nicht mehr sicher aber ich erzähle euch jetzt um was es geht das sind ja auch so schöne Herbstbücher die hätten auch in mein Herbstbuch Video gepasst vielleicht nächstes Jahr wer bist du Joschka? ich bin derjenige der dich in den Abgrund stürzen wird aber ich werde auch derjenige sein der unten steht und dich wieder auffängt innerhalb eines Augenblicks ist in Miras Leben nichts mehr so wie es einmal war eben noch schlendert sie mit ihren Freunden über den Unicampus und genießt die herbstliche Idylle ihrer Heimatstadt Mabel Creek im nächsten Moment steht ihr Zwillingsbruder vor ihr von dessen Existenz sie nichts gewusst hat an seiner Seite ist sein bester Freund Joschka der einen Wirbelsturm der Gefühle in Mira auslöst hinter Joschkas grünen Augen und Narben verbergen sich mehr Geheimnisse als ein Mensch haben sollte und Mira ahnt wie sehr sich sein bisheriges Leben in der New Yorker Untergrundszene von ihrem unterscheidet entgegen aller Zweifel fühlt sie sich zu ihm hingezogen und auch Joschka beginnt seine harte Schale abzulegen doch seine Vergangenheit ist ihm wie ein Schatten bis nach Mabel Creek gefolgt und droht nun die beiden gewaltsam auseinander zu reißen ich werde euch den Klappentext zu Band 2 jetzt auch nicht vorlesen also ich weiß dass die Geschichte weiter geht die in Band 1 erzählt wird also es ist nicht wie in anderen New Adult Büchern dass hier jetzt zwei andere Protagonisten auftauchen es geht mit Mira wo heißt sie Mira? Mira und Josch ich sag jetzt einfach mal Josch weil er wird manchmal Joschka und manchmal Josch genannt geht mit den beiden weiter und da ich mich selbst auch nicht spoilern möchte erzähle ich euch jetzt nicht um was es in Band 2 geht aber ich denke die Bücher sprechen auch schon optisch für sich und der Klappentext von Band 1 war ja auch schon sehr sehr spannend dann durfte ich diesen Monat die Leserunde in unserem Drachenwinkel Buchclub leiten wir haben das Buch Fake gelesen ich habe die Limited Edition auf der Fakt steht sind nämlich zwei Ausgaben davon rausgekommen und es stresst mich immer noch dass das Buch spiegelt ich hatte die ganze Zeit immer Angst dass ich Fettflecken auf den Umschlag mache aber ja das sind so meine Zwänge und so meine Probleme da müsst ihr euch gar nicht dran stören es war tatsächlich das erste Buch das ich von ihm gelesen habe daher bin ich da komplett ja ohne Erwartungen rangegangen wie das ganze ausging erfahrt ihr wie immer im Lesemonat das habe ich heute glaube ich schon 50 mal gesagt gefühlt aber ich sage euch jetzt noch um was es in dem Buch geht Patrick Dostert freut sich auf einen freien Tag mit seiner Frau Julia als noch vor dem Frühstück zwei Beamte der Kripo vor der Tür stehen Patrick bittet sie herein und von einer Minute zu einer anderen ändert sich alles für ihn er wird verdächtig drei Tage zuvor eine Frau misshandelt und entführt zu haben Patrick hat ein Alibi für die Tatnacht doch der einzige Zeuge der ihn entlasten könnte bleibt unauffindbar und die beste Freundin des Opfers belastet ihn schwer Patrick beteuert seine Unschuld bis das Video auftaucht das Video in dem er zu sehen ist das ihn überführt obwohl er das Opfer noch nie gesehen hat aber das glaubt ihm keiner er kommt in Haft und soll verurteilt werden und kann absolut nichts tun denn Bilder sagen mehr als tausend Worte oder? dann dürfte ich diesen Monat an einer ganz tollen Leserunde bei Lovely Books teilnehmen das war zu Dark Sigils Was die Magie verlangt das Buch ist aktuell bei Bookstagram nicht wegzudenken man sieht es wirklich über, 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 überall es ist halt einfach die Autorin von Vortex und Vortex war ja schon so mega hyped in der Buchszene ich muss zu meiner Schande geschehen dass ich die Vortex Bücher noch nicht gelesen habe aber ich werde es nachholen ich habe mir jetzt Anna Bennings Schreibstil angeguckt und habe die Bücher auf meiner Mundliste nochmal ein bisschen angehoben aber um die soll es ja heute nicht gehen sondern um Dark Sigils das ist ein Reihenauftakt zu der Dark Sigils Reihe wie der Name schon sagt und der zeige ich euch jetzt was im Band 1 passiert so gutes Twitch früher existierte Magie nur in unseren Träumen sie war eine geheimnisvolle gute Kraft die Wunder vollbringt doch so ist Magie nicht wahre Magie ist dunkel und verführerisch eine blau schimmernde Flüssigkeit wertvoller als Gold und süchtig machender als die wirksamste Droge 15 Jahre ist es her dass die Magie in unserer Welt kam heute ist sie überall auf jedem Kontinent in jedem Land und in jeder Stadt Menschen töten um sie zu besitzen Menschen sterben weil sie es tun und andere Menschen so wie ich kämpfen mit ihr um zu überleben das nächste Buch ist wieder eine Fortsetzung es ist der vierte Band der Reihe von der ich glaube ich auch bisher erst den ersten gelesen habe aber es heißt man kann sie unabhängig voneinander lesen ich habe so das Gefühl dass sie mich jetzt schon ein bisschen an die Green Valley Reihe erinnert weil es auch um so eine Kleinstadt geht in der jeder jeden kennt ich spreche nämlich von New Hope wie gesagt das Funkeln der Sehnsucht ist jetzt der vierte Band und der fünfte erscheint ich glaube auch Anfang des neuen Jahres und hier ist auch nochmal die ganze Reihe abgebildet also wir haben jetzt hier den vierten Band das Funkeln der Sehnsucht und in dem geht es um Jackson Jackson würde lieber rostige Nägel essen als nochmal einen Fuß in seine Heimatstadt zu setzen er hat sich ein neues Leben fernab von New Hope aufgebaut und geht in seinem Beruf als Unfallchirurg auf doch dann vermacht seine schrullige Tante bei der er aufgewachsen ist ihm eine kleine Pension fest entschlossen die Angelegenheit schnell abzuwickeln fährt er nach Hause sofort überfallen in Erinnerungen an seine harte Highschool Zeit an das Gefühl nirgendwo dazugehören nirgendwo dazuzugehören und an seine Jugendliebe Cassie die ihn tief verletzt hat aber ausgerechnet Cassie ist die einzige Maklerin weit und breit und er braucht ihre Hilfe das Gefühlschaos ist vorprogrammiert ich bin schon sehr gespannt ob man sie wirklich unabhängig voneinander lesen kann aber das steht auf meiner ich lese es direkt im Oktober Liste das nächste Buch habe ich tatsächlich schon gelesen und gestern beendet ich spreche von The Way You Crumble von Nena Tramuntani ist zwar auch der zweite Band der Reihe ich glaube sie heißt Hungry Hearts Reihe aber diese Bücher kann man wirklich unabhängig voneinander lesen ich kann schon mal so viel sagen man kann ihn ruhig lesen auch wenn man Band 1 noch nicht gelesen hat so viel dazu hier geht es um Echo und Alexis ihr Leben schmeckt schon immer bitter nur er besitzt die Gabe es zu versüßen es ist so ein schöner Satz Echo ist wütend wütend auf ihre Mutter die sich das Leben nahm aber am meisten auf sich selbst weil sie sich wie eine Versagerin fühlt nur ihrem Großvater zuliebe nimmt sie einen Aushilfsjob im Sternerestaurant Prisma an und ist überrascht als sie Gefallen am Konditorhandwerk findet und an ihrem Kollegen Alexis ist der jüngste Sohn der Restaurantbesitzer und mindestens genauso wütend wie sie er versucht nicht Echo gute Ratschläge zu geben doch das hat einen ernsten Grund Alexis spricht nicht offenbar braucht er Hilfe aber wie soll jemand wie sie ihm schon helfen während sie Seite an Seite feine Desserts kreieren lässt Alexis Nähe Echoes Nervenenden vibrieren in ihr keimt plötzlich Höffnung auf eine glückliche Zukunft auf wäre dann nur nicht ihre Vergangenheit die alles zerstören könnte dann hat mich diesen Monat eine Buchbox erreicht mit der ich gar nicht gerechnet habe ich habe das Buch angefragt und plötzlich habe ich eine ganze Box dazu bekommen wollen wir uns ja nicht beschweren ne das war nämlich die Box zu ich bin dein Schicksal von Kira Licht und schau mal wie schön das Glitzer drin ich finde diese Ornamente nenne ich es jetzt mal so schön und diese Symbole liebe es es war auch noch eine Karte der Protagonistin dabei ich halte sie euch mal näher und es war noch diese Karte dabei ich weiß noch nicht was es damit auf sich hat ich werde das Buch nämlich jetzt auch erst im Oktober lesen also ich habe es vor am Wochenende zu beginnen weil es einfach auch nicht mehr auf meine Leseliste September gepasst hat ich zeige euch gleich die Bücher die meine Leseliste nämlich gesprengt haben aber jetzt zum Inhalt dieses Buchs die 17-jährige Erin besitzt die Gabe Noctua zu sehen Dämonenartige Wesen die über Leilinien auf die Erde gelangen und deren Welt nur durch menschliche Angst existiert eines Nachts steht er wieder eines Nachts steht wieder erwarten Callahan vor ihr Aarons große Liebe die vor Jahren ohne ein Wort verschwand auf einmal ändert sich alles denn Cal gehört zu den Alpha dem höchsten Rang der Noctua und er möchte sie zurückgewinnen plötzlich sieht sich Erin nicht nur mit unerwarteten verwirrenden Gefühlen konfrontiert Cals Vater will die Beziehung der beiden um jeden Preis unterbinden und dann kommt es in ihrer Heimatstadt auch noch zu Angriffen durch die Noctua Gemeinsam mit Cal stellt sie sich der Gefahr und riskiert dabei nicht nur ihren Kopf sondern auch ihr Herz Wie versprochen zeige ich euch jetzt die Bücher die meinen Lesemonat gesprengt haben es war nämlich der Secret Book Club hier haben wir Band 3 und Band 5 die sind diesen Monat hier eingezogen und ich hatte bisher ja immer nur Band 1 gelesen und habe jetzt 2, 3 und 4 nachgeholt und den fünften fange ich heute Abend noch an weil ich den gern noch in den Lesemonat September mit rein quetschen würde damit ich im Lesemonats Video euch Band 2 bis 5 vorstellen kann und euch meine Meinung dazu erklären oder erzählen kann ich könnte nämlich damit nicht leben mit meinen Zwängen ihr wisst es wenn ich jetzt 3 Bücher im September erzählen würde und euch dieses Buch dann im Oktober erst vorstellen würde das geht nicht ich werde euch jetzt auch nicht die Klappentexte dazu vorlesen einerseits kann man sie zwar unabhängig voneinander lesen aber andererseits ja habe ich Angst dass ich doch etwas verrate was in Band 1, 2 und 4 geschehen ist so das muss ich überlegen es ist nämlich total verwirrend für mich manchmal allgemein geht es im Secret Book Club einfach um eine Handvoll Männer die einen geheimen Buchclub gründen und heimlich Liebesromane lesen um ihre Frauen besser verstehen zu können oder um ja allgemein die Frauenwelt besser zu verstehen es ist mega witzig und ich kann die Reihe wirklich jedem empfehlen der ein bisschen lachen möchte beim nächsten Buch habe ich ewig hin und her überlegt kaufst du es jetzt, kaufst du es nicht ja, nein, ja, nein, ja, nein wie das halt manchmal so ist man kann ja nicht immer alle Bücher kaufen die man gerne haben möchte und ich war mir hier halt so unschlüssig weil mir ihr Debütroman jetzt nicht so zugesagt hat aber ich finde die Autorin einfach total sympathisch und Banane und einfach cool drauf ist eine coole Socke ich spreche nämlich von ich spreche nämlich von Inka Lindberg We Fell In Love in Oktober ist ihr zweites Buch also das erste war ein Einzelband ich glaube das hier ist auch ein Einzelband und ich folge ihr schon ganz ganz lang bei YouTube und bei Instagram und ja, keine Ahnung irgendwie, ich mag sie einfach und habe auch so den Entstehungsprozess des Buches mitverfolgt und irgendwie habe ich jetzt gesagt komm, ich möchte es einfach jetzt auch signiert haben es ist aber neutral signiert weil ich mir halt eben unschlüssig war wegen dem ersten Buch das sie rausgebracht hat ob das hier dann halt auch wieder so Klischee behaftet wird we will see ich lese euch auf jeden Fall vor, um was es geht Lisa fühlt sich als würde sie ersticken es muss doch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau in einer Kleinstadt inklusive übergriffigem Chef in einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Carla zwischen Couchsurfing Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität sondern auch die Möglichkeit dass Träume keine Träume bleiben müssen klingt auf jeden Fall sehr sehr cool und ist mal wieder eine schöne, queere ja ich würde sagen Liebesgeschichte aber we will see ob es wirklich eine Liebesgeschichte wird weil es in ihrem Debüt auch viel um Liebe ging aber es war keine klassische Liebesgeschichte von daher wir werden uns überraschen lassen müssen das letzte Buch das hier eingezogen ist es ist eine Sonder-Sonder-Sonder-Sonder-Sonderausgabe das Buch gibt es nämlich eigentlich schon länger auf dem Markt auf dem Buchmarkt aber die Chest of Fandoms hat dazu eine wirklich Sonder-Sonder-Sonder-Edition rausgebracht es steht auch fett drauf Chest of Fandoms Sonderausgabe ja ich habe gesagt ich kaufe dort nichts mehr aber ich habe damals das Buch gesehen und es stand sowieso auf meiner Wunschliste und dann dachte ich mir hm ich kaufe es jetzt einfach kurze Rede langer Sinn lange Rede kurzer Sinn I don't know ich spreche von ich denke so heißt sie und schaut mal wie schön dieses Buch ist ich habe es gesehen ich muss es haben und jetzt erzähle ich euch um was es geht eigentlich arbeitet Zachary Ezra Rawlins an seiner Promotion doch er kommt nicht weiter denn immer wenn er in der Bibliothek ist sucht er ein Buch auf das zwischen den Regalen versteckt liegt ein Buch in dem Zachary eines Tages eine Schilderung seiner eigenen Kindheit findet aber wie ist das möglich auf der Suche nach dem Geheimnis dieses Buches entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am Ufer eines sternenlosen Meers wo er schließlich eine Verschwörung aufdecken und für die Liebe seines Lebens kämpfen muss klingt echt super super gut das Buch ihr Lieben das waren alle Neuzugänge die im Monat September bei mir einziehen durften ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten ob ihr eins davon vielleicht schon gelesen habt ob ihr eins davon gekauft habt ob ihr eins davon auf der Wunschliste habt oder 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 ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und hoffe wir sehen uns auch bei meinem nächsten Video wieder Tschüss Tschüss